Johannes Christian Pflückler, auch Hansi genannt, ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Vom 7. bis 15. Lebensjahr spielte Pflückler beim SV Vörting-Wein-Stefan, einem Stadtteilverein seiner Geburtsstadt Freising, und wechselte anschließend in die Jugendabteilung des FC Bayern München, bei dem er 1981 einen Lizenzspielervertrag für die Bundesliga erhielt. Sein erstes Bundesligaspiel bestritt er am 12. September 1981 bei der 1-3-Niederlage im Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig, als er in der 56. Minute für Paul Breitner eingewechselt wurde. Noch vor seinem zweiten Bundesliga-Einsatz gab er seinen Einstand im europäischen Landesmeisterpokal-Wettbewerb. Am 30. September 1981 wurde er im Rückspiel der ersten Runde, beim 5-0-Sieg im Münchner Olympiastadion gegen den schwedischen Meister Östersiv, in der 74. Minute für Wolfgang Kraus eingewechselt. Pflückler bestritt Viersupack ab, 34 DFB-Pokal, 57 Europapokal und 277 Erstligaspiele. Wobei er sein letztes Bundesligaspiel drei Jahre nach Beendigung seiner Profikarriere bestritt. Am 8. April 1995 half er beim 1-1-unentschieden im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern aufgrund der personellen Ort bei den Profis aus. Für die Amateure des FC Bayern München spielte er von 1992 bis 1997 und in der Saison 2001-2002. in der Bayernliga bzw. Regionalliga Süd. Von 1997 bis 2001 und von 2004 bis 2006 war er für den SC Eintracht Freising in der Landesliga Süd aktiv. Für die A-Nationalmannschaft spielte er zwischen 1987 und 1990 elfmal und wurde mit ihr Weltmeister. Sein Debüt gab Pflückler am 25. März 1987 in Telefon Erwiv beim 2-0-Sieg gegen die Auswahl Israels. Sein letztes Spiel bestritt er am 19. Juni 1990 in Mailand beim 1-1 gegen Kolumbien, seinem einzigen Spiel bei der Weltmeisterschaft in Italien. Sonstiges Noch vor seiner Bundesliga-Karriere als Abwehrspieler begann er 1981 sein Studium zum Stahlbauingenieur, welches er nach sieben Jahren mit Erfolg abschloss. Seit 1992 ist er beim FC Bayern München als Abteilungsleiter Outlets in der Direktion Merchandising Outlets und Lizenzen tätig. Außerdem ist er Betreiber der Pension Pflückler in seiner Heimatstadt Freising. Erfolge DFB Supercup Sieger 1982 82 82 82 82 82 82 Vielen Dank.